Er ist ein Kindlein geboren und das ist das Schöne, er wurde Jesus, wir sagen, dass Jesus ist Gott, aber Jesus war auch Mensch, so wie du und ich und er ist genauso wie du und ich geboren worden, hilflos, als Baby, er war in den Windeln gewickelt und so weiter, wie es beschrieben wird in der Weihnachtsgeschichte und er kam, um uns zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Es war eine, es ist eine, die allerschönste Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt. Diese Liebe, diese göttliche Liebe und in der Bibel findet man zum Beispiel im Johannes, da findet man vom Johannes, der sagt, der dann an der Brust von Jesus lehnt und sagt, ich bin der Geliebte, der Lieblingsjünger Jesu. Aber Gott hat keine Lieblingskinder. Er war nicht das Lieblingskind, sondern Johannes war sich der Liebe bewusst und er hat es für sich in Anspruch genommen. Er hat diese Liebe erkannt und das ist es einfach, das ist die Botschaft. Es ist ein Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Und auch wenn du was Falsches gemacht hast, dann bestraft er dich nicht oder wenn du auch ihn nicht beachtest, dann killt er dich nicht, Gott, sondern er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja. Das ist die Botschaft. Und heute feiern wir das, dass er geboren wurde, dass er als Mensch auf die Erde kam, dass er den Vater repräsentiert hat, dass er gestorben ist, dass er diese Strafe, die uns treffen hätte sollen, auf ihn kam, dass die Krankheit auf ihn kam, die Armut, all das, alles hat er auf sich genommen, aus Liebe. Und das Schöne ist, als er auferstanden ist, war er noch nicht fertig und er ist noch nicht fertig, sondern die Bibel sagt, er ist unser hoher Priester jetzt geworden. Wenn du glaubst, glaubst, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, und ich habe auch immer gedacht, ich brauche keinen Gott. Ich kann dir auch nicht. Und es hat mir auch keiner wirklich die Botschaft erzählt. Aber als ich an dem Punkt war, wo mir weder ein Doktor noch sonst jemand helfen konnte, irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo er sagt, ich brauche einen Gott. Jeder fragt nach ihm irgendwann, früher oder später. Und er liebt dich. Auch wenn du heute noch nicht mit ihm gesprochen hast, er liebt dich. Es heißt sogar, dass wir in die Hände gezeichnet sind. Unser Name, dein Name ist in seine Hände gezeichnet. Muss ziemlich große Hände haben, aber sein Herz schlägt für uns und er hofft und wartet. Er sagt, er wartet darauf. Er wartet. Er wartet. Er wartet. Kennst du das? Dass er jemand wartet. Er wartet, bis jemand anruft. So verliebt ist er in uns. Und jetzt ist er unser hoher Priester. Das heißt, wir sind in ihm und er geht zum Vater. Und ich habe, möchte ich euch mal zeigen, im Hebräer. Im Hebräer 5 heißt es, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt. In dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Es ist so, ein Prophet zum Beispiel, ein Prophet kommt und er spricht von Gott zu den Menschen. Gott hat mir jetzt eine Botschaft gegeben, die kommt von Gott zu euch. Aber bei Jesus ist es andersrum. Der kommt mit uns vor Gott. Er kommt mit unseren Anliegen, geht er zu Gott. Er vertritt uns vor dem Vater. Bei Mose war es so, er musste, wie Gott kam, wie dieses Licht geschehen hat, er musste eine Decke drüber tun, weil er es nicht ertragen konnte. Mose war nicht wie wir, gerettet oder heilig, sondern Mose war trotzdem ein sündiger Mensch. Und ein sündiger Mensch kann nicht mit der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes zusammenkommen. Das geht nicht. Das ist wie wenn eine Fliege bei der Kerze verbrennt. Und es geht uns Menschen schon selber so, bei Gott ist es halt noch ein bisschen tiefer, sag ich mal, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe jetzt jemanden umgebracht und das Geld genommen, gehen wir essen, dann würdest du sagen, das mache ich nicht. Und bei Gott ist es noch ein bisschen enger. Bei Gott ist es noch viel kleiner und enger. Und deswegen hat es einen Erlöser gebraucht. Deswegen ist Jesus Christus gekommen, dass er, dass du in ihm vor dem Vater stehst. Wir stehen da als Heilig und Gerechte. Und jetzt ist es so, dass er immer wieder, immer wieder wartet, dass du an seinem Herzen ruhst. Wie Johannes, der lag an seiner Brust und war sich dieser Liebe bewusst. Und er wartet darauf, dass das, wie du zu ihm gehst, mit ihm redest, ihn fragst, ihm deine Sorgen auf ihn legst und dort lässt. Das ist heute noch sein Job. Und im zweiten Mose, und vielleicht ist das jetzt nicht die typische Weihnachtsgeschichte, aber Gott hat mir gesagt, ich brauche jetzt auch nicht die typische Weihnachtsgeschichte bringen, sondern ich gebe einfach das, was Gott mir für heute gegeben hat, weil er halt einfach den Raum bekommen soll, was er sagen möchte. Halleluja. Amen. Und im zweiten Mose 28 Im Vers 1 Und da geht es um die Kleidung des Hohepriesters. Und Aaron, Aaron war ein Schattenbild, also der Aaron war ein Bild für Jesus Christus. Und da heißt es, und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm herantreten lassen aus deiner Mitte, damit er mir als Priester diene. Aaron, und du sollst deinem Bruder heilige Kleider anfertigen, zur Ehre und Zierte, zur Ehre und die Würde. Jesus sitzt da jetzt nicht mit diesen Kleidern, wie sie früher gebraucht haben, sondern er selbst in dieser Person vertritt uns dementsprechend. Und dann, und du sollst mit allen Reden dir ein weißes Herz haben. Viele fragen sich, warum lässt Gott das zu? Warum jetzt auch in dieser Zeit? Es ist Weihnachten, warum sind so viele alleine? Warum passiert dies und jenes? Warum hat doch die und der auch geglaubt? Und dann ist das passiert. Und ich sage immer, keiner war in dieser Brust, keiner war in dieser Beziehung mit ihm, keiner von denen hat mit ihm geredet, aber wenn was Schlimmes passiert, dann ist er verantwortlich. Aber er kann nur handeln und dich vertreten. Wenn du bei ihm bist, wenn du mit ihm bist. Mit allen Reden, die ein weißes Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfülle. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann kommt sein Geist in dich. Und dann bist du erfüllt mit seiner Weisheit, mit seiner Gerechtigkeit. Dann, wie die Bibel sagt, dann hast du neue Kleider an. Das sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. Ein Brustschild, ein Effort, ein Oberkleid und einen Leibrock. Aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund, einen Gürtel. Und die Schultern, also an den Schultern waren so goldene Spangen. Und dann waren da so goldene Ketten und ein Schild, ein Brustschild. Und auf diesem Brustschild, da waren Edelsteine. Zwölf Edelsteine, das die Nationen vertreten hat. Die Stämme. Die Stämme Israels. Und wenn dann dieser hohe Priester reinging und Gott, heißt es ja immer wieder, Gott ist Licht. Er ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Pures, reines Licht. Jetzt, wenn der hohe Priester da reingekommen ist, ins Heiligste, vorm Vater, dann ist das Licht Gottes auf diese Steine. Und diese Steine reflektierten zum Vater. Heutzutage bist du so ein Stein, der angeschienen wird von dem Licht Jesu. Es heißt später in der Offenbarung, da braucht es gar kein Licht mehr, weil sie werden leuchten durch Jesus Christus. Aber, und dann ist dieses Brustschild und dieses Ephod, das ist an goldenen Schnüren gekettet. Weil das auf ewig ist. Es heißt von Gott, mit Banden der Liebe. Das ist so fest gebunden. Mit Banden der Liebe habe ich dich gezogen. Und so steht er vorm Vater. Und du bist eines dieser Edelsteine geworden. Er sieht nicht deine Runzeln. Er sieht nicht deine Flecken. Er sieht diese Reinheit, die durch Jesus Christus und du bist befähigt worden, seine Liebe anzunehmen und dann seine Liebe weiterzugeben. Du kannst das nicht probieren aus dir selber. Sondern wenn du das annimmst, was er heute zu dir sagt, wie er dich sieht. Nicht wie du dich oder mich anschaust mit natürlichen Augen. Sondern diese Vollkommenheit, diese Reinheit, diese Schönheit. Und so schaut er dich an. So schaut er uns an. Und dafür ist er gekommen. Um den Menschen seine Gerechtigkeit wiederzugeben. Um den Menschen seine Würde wiederzugeben. Um den Menschen all das zu geben, was verloren war. Der Mensch ist seine Schöpfung. Der Mensch ist geliebt. Und auch das, was Gott geraubt wurde, dass ihm die Ehre geraubt wurde, die geben wir ihm heute wieder zurück, indem wir seinen Geburtstag feiern. Halleluja. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dieses Geschenk. Wir danken dir. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass er das annehmen kann, dass er deine Liebe sehen kann, wie du jeden Einzelnen geliebt hast. Wir danken dir. Wir danken dir für deinen Sohn. Halleluja. Und wir danken dir, dass er uns vom Vater vertritt. Und wir geben alles, 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 was dich jetzt belastet, alle Sorgen, alles in seine Hände. Alles gibst du jetzt in seine Hände. Um dann zu ihm zu gehen und ihn zu feiern, wegzuschauen von dir selbst, sondern hinzuschauen auf Jesus Christus, den Anfänger, Vollender deines Glaubens. Amen. Amen. Wir möchten jetzt weitermachen. Mit dem Nigel.